Giovannis Trading Chancen am Freitag, 21. Juni. Großer Verfallstag heute im DAX. Mal schauen, ob es hier zu irrationalen Bewegungen kommt. Ich habe natürlich einen DAX Ausblick für euch, ein wenig was zu den Devisen und ein paar Aktien heute auf der Watch. Wie immer, schaut euch das kostenlose Video an, in dem ihr euch für Giovannis Trading Chancen registriert.